We are back! Der Aufnahmeknopf leuchtet endlich wieder rot. Jens, wir sind zurück mit dem Open Court. Das Update für alle Basketballfans, alle FC Bayern Basketballfans. Jens, du bist natürlich auch wieder am Start und du siehst blendend aus. Wie machst du das immer nur? Ich danke dir sehr für diese Lüge. Die letzte Nacht war eher kurz, aber es freut mich sehr, dass wir wieder ein bisschen was über Basketball berichten können. Wir haben ja sehr viel, was vor uns steht, was hinter uns steht und dann können wir direkt reingehen. Genau, vielleicht für euch da draußen. Wir sind im 14-tägigen Wechsel mit Matthias Killing, der neu an Bord ist in unserem Team, der dann die längeren Folgen macht mit spannenden Gästen, wie auch in der letzten Folge der Weltmeister Joe Johannes Vogtmann. Da geht es unter anderem auch über Spitznamen und Matthias, wir nennen dich jetzt immer Matze. Das habe ich so rausgehört, dass das okay ist unter Freunden. Also willkommen Matze bei uns im Podcast-Team, aber ihr werdet ihn noch besser kennenlernen, wenn ihr euch die Folgen reinzieht. Aber lasst uns jetzt über die Mannschaft sprechen, die diese Woche am Dienstagabend kein leichtes Spiel hatte, wenn es heißt, du spielst gegen Partys am Belgrad und dann auch noch in Belgrad vor 20.000 Verrückten, muss man fast schon sagen, wenn man da am Fernseher sitzt. Und ich habe es auch schon live in der Halle erlebt. Das ist echt verrückt, wenn man vor so einer Kulisse spielt. Und dazu kommt ja, dass es auch noch der Home-Opener war, also das erste Spiel. Wir erinnern uns an unsere Eröffnung vom SAP Garden, wie es da richtig abging, stimmungstechnisch. Und da ging es gestern oder in dem Fall am Dienstag, ging es richtig ab. Und das ist für die Spieler unglaublich schwer, dort in das Spiel reinzukommen. Weil natürlich jede kleine Aktion wird bejubelt von den Fans. Und ich glaube, im ersten Viertel hat Partysan nur einen Dreier verworfen. Ich glaube, diese haben 86 Prozent, sind die aus dem Viertel raus von der Drei-Punkte-Linie. Man muss auch sagen, Bonga hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit. Das war klar. Ich wollte natürlich seinem alten Verein zeigen, so hey, heute nicht. Aber man muss dann, wenn man da am Fernseher, am Bildschirm sitzt, so die Atmosphäre, die ist ja nicht nur, wenn das Spiel losgeht, sitzen alle auf ihrem Platz. Und jetzt fängt eigentlich das Spiel an, sondern es fängt ja schon eine halbe Stunde vor dem Spiel an mit irgendwelchen Fangesängen, irgendwelchen Volksliedern. Und natürlich auch die Choreografien, die sich jemanden fallen lassen, das macht schon mit einem etwas. Und wenn dann Obradovic in die Halle läuft, alle stehen auf und geben Standing Ovation. Und wenn man das nie live erlebt hat, muss man das auf jeden Fall mal machen. Und es ist natürlich auch verdammt schwer für die Auswärtsmannschaft da zu bestehen. Letztes Jahr haben wir das Spiel gewonnen. Okay, das ist alles gut gelaufen. Dieses Jahr haben wir in der zweiten Hälfte wieder ein besseres Spiel gemacht, wie schon auch in Athen gegen Panathinaikos. Wieder nicht gut aus den Startlöchern gekommen. Gibt es dafür einen Grund oder liegt es einfach nur daran, dass die Fans so beeindruckend sind? Also gegen Panathinaikos war es ja ebenfalls ein Home-Opener und da ist schon immer noch mal eine richtig gute Atmosphäre. Da ist alles angespannt. Da kommen die Heimmannschaften immer sehr scharf raus, auch sehr aggressiv. Damit muss man erstmal umgehen können. Und bei uns steht ja hier dran, der Reiseführer hat gefehlt mit Wladimir Lucic. Ist ja auch ein Faktor. Genau, er kennt sich natürlich bestens aus in Belgrad. Ist die Erfahrung pur in unserer Mannschaft. Und so einen willst du natürlich haben in so einem Spiel. Leider hat er einen Schlag gegen Bonn auf die Wade bekommen. Er hat es im Fruchtraining noch probiert. Aber dann haben sie sich entschieden, dass Flady das Spiel aussetzt. Und ich glaube, das macht auch Sinn auf lange Sicht. Es stehen noch einige Spiele vor uns. Aber natürlich schade, dass Flady da sehr viel helfen können bei dem Spiel. Und man muss dazu ja sagen, das ist halt die ähnliche Position wie Nils Giffey, der ja auch ausfällt mit einem Fingerbruch. Und das sind ja beides so Warrior, so Leader in der Mannschaft, die nicht immer mit übermäßig krassen Statistiken auffallen, aber sehr wichtig für die Stabilität der Mannschaft sind. Wie siehst du das? Es sind ja nicht nur Leader und Warrior, sondern auch einfach die großen Flügelspieler. Wir haben jetzt gesehen, Coach Herbert hat dann umgestellt, hat dann Nick Wyler-Bapp auf der 3 verteidigen lassen. Also Nick ist ja ein physischer Spieler, aber er ist keine zwei Meter groß. Und dann muss man immer wieder kreative Wege finden. Zum Beispiel gegen Panathinaikos, was uns zurückgebracht hat in das Spiel, was wir auch schon gegen Real gesehen haben, war eine Box-and-One-Verteidigung. Ganz unorthodox. Also vier Spieler spielen eine Zonenverteidigung und einer rennt mehr oder weniger dem besten Spieler hinterher. Das warst du früher, oder? Der beste Spieler, der in der Erde gerannt ist. Ja, genau. Ja, und das kann man natürlich immer nur kurze Phasen im Spiel machen, nimmt ein bisschen Rhythmus weg des Gegners. Und genau solche Mittel, ich glaube, das hat man schon in den ersten Spielen gesehen, Gordon Herbert macht gerne sowas, lässt auch mal eine Zonenpresse vorne spielen auf dem Gansfeld. Oder ihr könnt da mal drauf achten, welche Varianten er so mit ins Spiel reinbringt. Und das musst du natürlich auch. Du musst mit drei Guards mittlerweile anfangen. Also Andi Obst, Nick Weider-Bapp und Edwards haben angefangen. Napier. Napier hat angefangen, also sehr kleine Guards. Aber natürlich kannst du dann auch sehr viel rotieren und switchen. Das haben sie gut gemacht, aber so ein Lucic und Giffey zusammen zu ersetzen, ist natürlich nicht einfach. Wir hoffen natürlich, dass Flado schnell zurückkommt. Bei Nils wird es ein bisschen dauern, wenn ein Finger gebrochen ist. Dauert es einfach seine Zeit. Apropos Guards, am Donnerstag geht es rund im SAP-Garden, der ist ausverkauft, glaube ich. Da kommen auch einige Guards, die für eine französische Mannschaft spielen. Was kannst du uns über die Pariser sagen? Ja, da geht es gegen Paris. Einige Spieler kennen wir noch aus Boller-Zeiten. Zum Beispiel TJ Shorts, die verschiedenen Jungs, Leon Kratzer. Aber natürlich auch einen, der schon bei uns hier im Podcast war, Maoro Loh. Wir hoffen, dass er dabei ist. Er hat jetzt am Dienstag nicht gespielt. Wir wissen nicht genau, was der Grund ist, ob Verletzung oder Erkältung oder sonst was. Maoro ist ja Top Guard. Also wir freuen uns natürlich, ihn wiederzusehen. Aber wir wissen auch, seine Dreier sind gefürchtet. Der Step-Back, den er immer wieder eingenetzt hat für Bayern. Ich erinnere mich noch an diesen Dreier gegen Alba Berlin, also da nach vorne, auf der linken Seite. Also Maoro, wir freuen uns natürlich, wenn er wieder da ist. Und Paris, eine Mannschaft, die extrem intensiv spielt, sehr schnell spielt, diesen kleinen Guard. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Nikos Galles erinnerst. Ja, klar. Nikos Galles, ein Spieler, kleiner Spieler, der immer in die Zone gezogen ist und dann am Mann hochgegangen ist und so einen ganz kurzen Jumpshot geworfen hat. Und das ist TJ Schorz, ist der Nikos Galles unserer Zeit. Ja, Schorz hat eine überragende Laufbahn genommen. In Kreilsheim angefangen, bewiesen, dass er Bundesliga kann, dann auch in Bonn europäisch was erreicht. Und jetzt versucht er natürlich auch in der Euroleague seine Fußstapfen zu hinterlassen und das macht er. Und nicht nur er, Nadir Hifi, ja, überragender Guard auch. Wild, wilder. Sehr wildes Spiel, aber das will der Coach auch. Ich habe da ja ein bisschen die Dokumentation angeguckt. Da heißt es immer wieder, hey Jungs, wir müssen wild spielen, wir müssen die Mannschaften verrückt machen, wir müssen schnell laufen, wir müssen denen was zeigen, was sie noch nicht kennen. Und ich glaube, auf so ein Spiel müssen wir uns am Donnerstag einstellen. Es ist natürlich eine Doppelwoche, was der Vorteil ist, das zweite Spiel zu Hause zu haben und mit hoffentlich fast 12.000 Leuten im Rücken ein ähnliches Spiel abliefern können wie gegen Real Madrid. Das wäre natürlich überragend. Gegen Palatinaikos hat das bei Paris sehr gut funktioniert. Sie haben sie niedergerungen. Das war auch ein sehr intensives Spiel. Da ging es auch richtig zur Sache, körperlich. Und da werden wir sehen, ob wir dagegenhalten können. Ja, also ich glaube, mit der Heimkulisse werden wir die Pariser schlagen. Da bin ich mir ziemlich sicher, was aber natürlich nicht einfach wird mit dem Sieg. Du hast angesprochen Paris gegen den Titelverteidiger Palatinaikos Athen. Aber wie es immer so ist, nach der EuroLeague kommt der Bundesliga-Alltag und da wird es auch nicht einfach. MBC auswärts am Samstag um 16 Uhr. Alle, die nicht nach Weißenfels fahren, auf deinen natürlich anschauen und die Mannschaft unterstützen. MBC, die haben ja Pokal Ludwigsburg geschlagen. Also auch ein bisschen überraschend als Underdog. Was erwartet uns gegen MBC? Außer John Bryant. Der John Bryant ist natürlich eine Legende hier auch bei uns im Verein, der immer noch in Weißenfels spielt. Naja, MBC gewohnt offensiv stark. Sie werfen viele Dreier. Man muss, sie können immer wieder heiß laufen. Das ist eigentlich fast schon der Scouting-Report der letzten Jahre, was den MBC angeht. Was jetzt halt noch dazu kommt, gegen Ludwigsburg haben sie auch deutlich bessere Verteidigung gespielt. Also da wird es darauf ankommen, dass wir den Kampf annehmen. Ich glaube, es wird auch im Öffentlich-Rechtlichen übertragen, das Spiel. Das bedeutet, das ist nochmal eine extra Motivation. Und dann heißt es für Jungs wie natürlich Elias Harris oder Kevin Yebo, dass sie da wieder in einer größeren Rolle erscheinen werden. Und auf die zählen wir natürlich speziell Elias. Letzten Jahre in solchen Spielen immer super gespielt. Die Rotation, du sprichst das an, jetzt müssen Jungs natürlich die, die ganz wichtig sind für so eine Mannschaft am Wochenende performen. Wie Ivan Katschenkov, der ja noch jung ist, aber in solchen Spielen muss er dann die Minuten gehen, um eben den anderen Spielern die Pausen zu geben. Und du hast ihn angesprochen, Kevin Yebo hat auch einige Trainings-Einheiten nicht mitmachen können, noch nicht so richtig in der Mannschaft involviert. Aber wie wichtig ist so ein Spieler wie Kevin Yebo, der ja natürlich in Chemnitz gezeigt hat, was er kann? Ja klar, Kevin ist ein super Spieler, der auch, ich sag mal, zwischen den Positionen agieren kann. Er kann auch selbst den Ball nach vorne bringen und dann das Spiel schnell machen oder mit Ballübergaben und schnellen Aktionen. Ein Instinktspieler. Ja, er ist ein richtiger Instinktspieler. Wirklich Druck auf die Verteidigung ausüben. Und ich freue mich sehr, wenn er richtig im Saft steht, wie er für die Bayern spielen könnte. Wir haben ja unser Pokalspiel in Bonn gewonnen. Wir stehen jetzt im Viertelfinale gegen Rasterfechter zu Hause hier in München am Montag, 9. Dezember. Also schon mal im Kalender markieren. Da brauchen wir natürlich eure Unterstützung, um wieder ins Top 4 einzuziehen. Und wir wollen natürlich auch den Titel hier in München behalten. Natürlich. Montagsspiel, Montagabendspiel. Was gibt es Besseres an einem Montagabend? Gibt es ja sowieso nicht. Nochmal, 9. Dezember hier in München. Dann ist das nächste, in der nächsten Woche, das Pereo-Spiel auch natürlich schon lange ausverkauft. Die sich natürlich ein Wettrüsten geleistet haben mit Panathinaikos, muss man sagen, in Griechenland. Beide wollen die Euroleague gewinnen. Olympiakos, eine Mannschaft, die fast schon übermächtig ist, wenn man sie beim Basketballspielen zuschaut. Aber wir wollen wieder mit dem SAP-Garten im Rücken, mit den geilen Fans, die echt was abgeliefert haben gegen Real Madrid, ein geiles Spiel abliefern. Dann kommt das Derby gegen Würzburg, das bayerische Derby, mit Rewe Music Meets Basketball for Kids. Das wird natürlich auch wieder ein Highlight werden, nicht nur für die Kids, ich glaube auch für alle, die Basketball und Musik lieben. Kommt da auf jeden Fall vorbei. Immer eine Reise wert hier in den BMW-Park, wo ja natürlich auch der LED-Boden liegt. Da freuen wir uns drauf. Ansonsten, Jens, gibt es von deiner Seite noch irgendwas? Du wartest wahrscheinlich auf den Schnee, dass du wieder Skifahren kannst? Ich wollte erst mal wissen, ob du deinen Junior da mitbringst. Zum Skifahren? Nicht zum Skifahren. Natürlich freuen wir uns auf Digger. Der weiß zwar noch nicht, wer und was Digger ist, aber natürlich wird er abrocken. Der hat heute Morgen schon das Büro unsicher gemacht. Ja, genau. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Ihr könnt auch auf YouTube, glaube ich, die Folge angucken. Lasst uns Kommentare da, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und was ihr natürlich in zukünftigen Folgen von uns hören wollt. In diesem Sinne wünschen wir euch eine coole Basketballwoche und wir freuen uns, euch live im BMW-Park oder im SAP-Garten zu treffen. Bis bald. Peace out. Ciao.